Das ist Pony Freddy, nein, das ist natürlich eine deutsche Dogge, Doggenröde Freddy. Er ist etwa zwei Jahre alt. Er ist im Moment noch nicht kastriert, das würde man aber hier noch machen im Tierheim. Er ist recht unerzogen noch, einfach weil er unglaublich viel Power hat, weil er hier natürlich auch unterfordert ist. Das heißt, wir brauchen Menschen, die sich Zeit nehmen, die ihm jetzt das Einmaleins des Hundelebens beibringen, die so einen großen Hund natürlich auch versorgen können, weil der frisst einiges, der muss auch tierärztlich versorgt werden. Er ist, wir wollen ehrlich sein, er ist eine Saberdocke, also ist eine Dogge gespuckt, aber für Dockenfreunde sollte das kein Problem sein. Dafür hat er aber ein ganz großes Herz, er ist wirklich ein freundlicher, großer Hund und wir suchen für den Freddy ein Zuhause für immer. Wartet hier im Dresdner Tierheim. Freddy, hey, hier. Ist der ein Hund? Also ich würde ihn sofort nehmen. Hey, Mutter mit Küsschen.